Wir sind Team Clarify, ein Team von Stipendiaten der Turm-Jungen-Akademie. Wir engagieren uns dafür, Senioren stärker in unsere technikorientierte Gesellschaft einzubinden. Im Rahmen unserer Forschung möchten wir Sie dazu einladen, uns auf einen virtuellen Spaziergang durch München zu begleiten. Dabei werden wir einige der schönsten und bekanntesten Ecken der Stadt entdecken. Einen kleinen Vorgeschmack unserer Tour können Sie schon jetzt in diesem Video erleben. Unser Rundgang nimmt Sie unter anderem mit zum Marienplatz und zum Odeonsplatz, in den Alten Peter und in den Olympiapark. Haben Sie Interesse daran, mehr von unserer Tour zu sehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns auf Sie! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020